Ja, so ist es. Wenn Nazis an die Macht kommen, werden sie mächtiger. Wer hätte das gedacht? Gut, dass wir in Deutschland schlauer sind als die Trotteler unten in Österreich, oder? Pussy und Papad, das war das ZDF-Magazin Royale für diese Woche. Bleiben Sie stabil und kommen Sie gesund durch Aspekte. Und liebe Dreisatz-ZuschauerInnen, bitte nicht vergessen, nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen. Tschüss, bis nächste Woche.